Also die Reihen lichten sich schon etwas, aber ich muss sagen, ich habe auch schon schwere Füße nach zwei Tagen. Aber jetzt kommt noch mal ein Highlight. Light, Licht ist sozusagen mein Thema, das mich bestimmt. Und an viele Gesichter erinnere ich mich. Ich habe einige von euch ja schon am Stand gesehen. Wer noch nicht an meinem Stand war, kann gerne danach auch noch an den Stand kommen. Ja, mein Thema ist das Upcycling von alten historischen Geräten. Und ich möchte jetzt in den nächsten 15 Minuten erzählen, wie bin ich dazu gekommen, wo bekomme ich die ganzen Teile her, was mache ich und was ist auch meine Motivation. Und starten möchte ich hier mit einem kurzen Intro, weil eigentlich gibt es die Maker schon viel, viel länger. Ich weiß nicht, ist hier jemand aus dem Allgäu? Muss man mal schauen, aus dem Allgäu? Also ich bin aus dem Allgäu und da gibt es den Begriff der Mechler. Mechler ist da ein Begriff für jemand, der bastelt, der handwerklich begabt ist, erfinderisch und kreativ. Und dieser Begriff der Mechler, der sehr ähnlich ist wie Maker, stammt aus dem Mittelalter. Und vor allem aus dem Ostallgäu, da gibt es den Ort Fronten im Ostallgäu. Und die Fronten, das war die Besonderheit im Mittelalter, die waren nicht leibeigen, es waren sehr, sehr arme Menschen. Und die durften ohne einer Zunft anzugehören, durften die ein Handwerk ausüben. Und dementsprechend hatte dann jeder, der Frontener, auch eine kleine Werkstatt und hat mit Holz, mit Metall gearbeitet, hat gemalt. Und daraus sind sehr, sehr viele kreative Bastler, Erfinder und Techniker geworden. Und es war eine sehr rigge Gewerbekultur hier in Fronten. Die sind auf die Reise gegangen und haben ihr Handwerk, auch ohne eine Zunftzugehörigkeit, konnten die auch ausüben. Ja, und eben diese Freiheit, ohne Zunft zu arbeiten, aber auch die vielen kalten Winter im Allgäu haben halt dazu geführt, dass die sich kreativ hier beschäftigt haben und immer was Neues sich ausgedacht haben. Der Baumarkt war leider damals im Mittelalter auch nicht so um die Ecke. Also da musste man ziemlich kreativ sein. Genau, Upcycling, was mache ich? Man sieht es hier aus alten historischen Geräten, die sind zwischen 50 und 100 Jahre alt, baue ich Lampen und Lichtobjekte. Und ich sage es gleich vorneweg, ich verkaufe gar nichts, weil ich mache das nur zum Spaß. Das ist meine Leidenschaft, meine Passion, mein Ausgleich zu meinem Beruf und ich verkaufe es nicht. Hier sieht man so einen kleinen Überblick der Werke. So etwas natürlich auch schön in Szene zu setzen, zu präsentieren. Auf Instagram, auf der Homepage, das gehört für mich dann auch mit dazu. Ja, wie komme ich dazu? Dann gehen wir einen kurzen Blick in die Historie. Und hier starte ich 1977, 10 Jahre alt, mit Fischertechnik. Das war mein Einstieg in die Technik und da habe ich gebastelt. Und natürlich war es wichtig, dass es blinkt und dass sich was dreht. Das war sozusagen mein Startpunkt. Hier sieht man im Alter von 17, Leistungskurs Physik am Gymnasium, habe ich ein kundsches Rohr gebaut in meiner Facharbeit, um die Schallgeschwindigkeit in Gasen zu messen. Das Gerät ist so gut angekommen, dass ich es damals für 100 DM an die Physik-Lehrsammlung verkaufen konnte, der Schule. Da war ich also 17 Jahre alt und habe damals schon als Maker aktiv teilgenommen. Ja, und mit 22 habe ich Informatik studiert, hatte trotzdem viel Zeit und habe mich mit Kunst beschäftigt, habe Kunstobjekte gebaut in Messing, in Holz, mit Beton. Habe da sehr viele Fertigkeiten auch eingeübt, mit verschiedensten Materialien umzugehen. Und wir werden später noch sehen, wie mir das dann auch zugute kommt, dass ich zu Hause im Keller eine Werkstatt hatte und dort mit allen Geräten arbeiten durfte. Ja, und was kann daraus entstehen, wenn man sowas kombiniert? Bastler, Physiker, Künstler, der verrückte Professor mit Jerry Lewis, der bin ich nicht geworden. Sondern ein moderner Maker sozusagen, der aus alten Lampen moderne Lichtobjekte dann auch baut. Wenn man mal die 50 Jahre Revue passieren lässt, auf der Business-Seite oder auf meiner Freizeitseite. Auf der Business-Seite habe ich mich entschieden, meinen künstlerischen Anspruch nicht zum Beruf zu machen, sondern einen ordentlichen Beruf zu lernen. Ich habe Informatik studiert hier an der TU München, Nebenfach Elektrotechnik, weil ich gedacht habe, da kann ich ja schon ein bisschen löten und basteln. Aber dass ich während dem Studium kein einziges Mal ein Lötkolben in der Hand hatte, sondern dreifach Integrale rechnen musste, da hatte ich damals nicht dran gedacht. Nun gut. Aber ich war nach dem Studium dann als Consultant und Projektleiter in der ganzen Welt unterwegs und habe auch gelernt, wie kann man etwas präsentieren, wie kann man etwas verkaufen. Was dann auch wichtig ist, wenn man eigene Produkte entwickelt. Ich hatte verschiedene Führungspositionen in der IT, Abteilungsleiter, bis ich dann jetzt seit drei Jahren auch verantwortliche Leiter der IT in der Bank bin. Hier in Aschheim bei München, bei der European Bank for Financial Services, habe ich 65 Mitarbeiter und bin da in der IT verantwortlich. Und naja, über den Tag ist der Kopf vor allem belastet, aber die Hände haben nicht so viel zu tun und deswegen suche ich da auch den Ausgleich in kreativer handwerklicher Arbeit. Auf der Freizeitseite, vorhin habt ihr es gesehen, mit Fischer-Technik habe ich begonnen, dann ging es weiter mit den Kosmos-Elektronik-Baukästen, da habe ich dann gebastelt, gelötet. Ja und die ersten Versuche waren immer, wie knallt es am schnellsten, also eine Diode mal an 220 Volt und dann einfach zuschauen, wie es explodiert, das hat super Spaß gemacht. Aber man hat auch viel dabei gelernt und die ersten Homecomputer, beginnend mit dem VC20-Vorläufer vom C64, hat natürlich damals auch Spaß gemacht, weil man konnte seinen Programmcode nicht speichern, sondern musste den immer wieder neu abtippen. Ja, dann hatte ich mich mit den Skulpturen beschäftigt, ihr habt es vorhin gesehen, und auch verbunden Skulpturen mit Elektronik, was man dann auch später in meinen Werken, abzeiglichen Werken, dann auch wiederfindet. Über viele Jahre, eigentlich fast 20 Jahre, habe ich mich dann der praktischen, angewandten Kunst zugewendet. Ich habe nämlich einfach Möbel gebaut für zu Hause, fürs Kinderzimmer, tolle Möbel, die aussahen wie eine Ritterburg. Da habe ich also viel experimentiert und natürlich auch viele Lampen gebaut, aber da stand der eigentliche Zweck der Lampe im Vordergrund, nämlich Licht zu erzeugen. Jetzt habe ich sozusagen eher die Dekoration oder die Lichteffekte im Fokus. Und erst vor wenigen Jahren, vor gut dreieinhalb Jahren, habe ich begonnen, aus alten historischen Geräten dann mit Upcycling Lichteffekte aufzuerzeugen. Und wenn man hier mal meinen Prozess anschaut, ich bin ja Informatiker, also man denkt hier in Prozessen, erstmal habe ich keinen Plan, das ist mal das Wichtigste. Das ist ein ganz agiler Prozess, in dem ich hier arbeite, ich habe Ausgangsmaterial und dann versuche ich zu kombinieren. Ja, manchmal geht auch was kaputt, daraus entsteht oft das Beste, wenn es runterfällt. Aber da muss man sich wieder kreativ damit beschäftigen, die Intuition wirkt. Und meine Vision ist immer, dass hinten was Schönes, was Tolles, was Beeindruckendes dabei rauskommt, an dem ich Spaß habe. Und das hat dann schon einen bestimmten Anspruch an mein Ergebnis. Ich probiere aus, ich habe in meiner Werkstatt, habe ich ganz viel Material, alte Röhren, alte Schalter, alte Geräte und dann überlege ich und kombiniere ich. Und jetzt muss man sehen, ich habe den Vorteil, ich muss nichts verkaufen, ich habe keinen Druck, ich kann das so machen, wie ich will, also volle Freiheit. Was gibt es Schöneres im kreativen Prozess, als einfach die volle Freiheit auch hier zu haben. Und im Idealfall komme ich dann auch in diesen Flow, da vergesse ich alles um mich herum. Und da mag der Tag noch so anstrengend gewesen sein, da bin ich dann, da werde ich eins sozusagen mit meinen Objekten und kann zaubern sozusagen. Das ist das Schöne, das ist eine tolle Befriedigung, wenn man da auch in der begrenzten Zeit, die ich habe, was Neues dann auch erschaffen kann. Ja, wenn man in die Umsetzung dann auch mal geht, wo kommen diese historischen Geräte her? Also zwei Fragen am Stand waren sozusagen am häufigsten. Die erste Frage war, wie teuer ist es? Und die zweite Frage war, wo bekomme ich mein Material her? Ja, teuer habe ich schon erklärt, es ist unbezahlbar, weil ich es nicht verkaufe. Wo bekomme ich die Geräte her? Zu überwiegenden Teilen auch bei Ebay. Da muss man einfach sehen, früher haben viele Menschen gesammelt. Jetzt kommt die Erbengeneration, die Erbengeneration sagt, was soll ich damit mit einem ganzen Keller voll alter Ampere und Voltmeter? Dafür gibt es ja Ebay. Wer freut sich am Ende? Ich freue mich, weil ich finde sozusagen damit viele, viele interessante Geräte, die ich dann auch nutzen kann. Trödelmärkte, die Auer-Dult hier in München oder Flohmärkte sind dann auch hin und wieder ergiebig, aber nicht so. Glühbirnen, LEDs oder anderes Rohmaterial, da muss dann der Baumarkt oder Online-Shops dann entsprechend herhalten. Was sind meine Fertigkeiten? Ich habe es erzählt aus meiner Historie. Ich kann mit nahezu jedem Material umgehen. Ich bin da nicht der perfekte Handwerker, aber ich traue mich an alles ran. Ich kann betonieren, ich kann schweißen, ich kann mit Holz arbeiten, mit Kunststoffen, verschiedene Klebstoffe. Am Ende, wenn man mit so alten Geräten arbeitet, braucht man viele, viele Fertigkeiten, die man dann am Ende auch kombinieren kann. Ja, meine Werkzeuge, ich habe im Keller eine kleine Werkstatt, sind so acht Quadratmeter, die ich mir da eingerichtet habe. Standbaumaschine, ein Dremel, verschiedene Schleifer, Sägen, Kleinwerkzeuge, Lötkolben, Gasbrenner. Das sind so die wichtigsten Werkzeuge, die ich hier auch benötige. In einer Wohnung in der Münchner Innenstadt möchte ich das jetzt nicht machen. Also wer von euch schon mal Bakelit gebohrt oder gesägt hat, der weiß, das stinkt bestialisch einen Tag lang. Und da ist es ganz gut, wenn man dann auch mal das ganze Haus auf Durchzug dann stellen kann. Oder wenn man solche Arbeiten einfach auch auf der Terrasse im Freien dann machen kann. Schauen wir uns mal Step by Step ein Objekt an, wie ich dort beginne. Also ich habe ein altes Messgerät bei Ebay ersteigert für 22 Euro. Das ist so ein Durchschnittspreis. 50 Euro ist so meine Schmerzgrenze. Teurer gehe ich nicht. Weil manche dieser Geräte werden halt auch in Museumszustand für 200 oder 300 Euro dann auch verkauft und versteigert. Ganz spannend ist dann das erste Öffnen dieses Geräts. Ich öffne ein Gerät und ich weiß, da hat vielleicht die letzten 90 oder 100 Jahre kein Mensch reingeschaut. Und ich entdecke handschriftliche Notizen Februar 1927 kalibriert vom Hans Müller. Handschriftlich mit Bleistift reingeschrieben. Finde ich ganz spannend. Einen Goldschatz habe ich noch nicht gefunden da drin. Manchmal denke ich mir schon, vielleicht ist ja da irgendwas drin versteckt in diesem alten Gerät. Aber allein schon solche Zeitzeugen aus 100 Jahre alten Geräten ist schon super spannend. Ja, bei dem Gerät stand dann drin Nummer 0001. Also vermutlich ein Prototyp. Das erste Gerät von dieser Serie. Dann habe ich versucht herauszufinden, wer ist der Hersteller. Das Logo kennt leider niemand. Ich habe mit großen Firmen Kontakt aufgenommen, mit Siemens Kontakt aufgenommen, dort mit den Historikern, die die Sammlungen betreuen. Niemand kennt dieses Logo. Niemand kennt dieses Gerät. Ja. Aber ich versuche auch immer den Hintergrund zu erkennen, was ist das für ein Gerät, was ist das für ein Hersteller, in welcher Zeit ist das entstanden. Und da entdeckt man ganz spannende Geschichten, die ich dann auch so ein bisschen auf meiner Homepage dann auch beschreibe und veröffentliche. Also jetzt habe ich zerlegt. Ich weiß ja immer noch nicht, was ich damit machen will. Ich habe ja keinen Plan. Aber jetzt habe ich mir überlegt, bei dem Gerät möchte ich vorne eine Glühbirne einbauen und muss dann natürlich das Messgerät, das eigentliche Messgerät, ein Stück nach hinten versetzen. Dann kommt der Dremel zum Einsatz, weil ich muss das Messgerät um circa vier Zentimeter kürzen. Der Zeiger soll immer noch einigermaßen funktionieren, aber ich brauche einfach mehr Platz. Die Elektronenröhre, die ich hier vorbereitet habe, beleuchte ich von unten mit einer blauen LED. Da muss man dann auch vorsichtig agieren, damit die Elektronenröhre, die ja mit einem Vakuum hergestellt ist, nicht zerplatzt. Dann kommt die Ständerbohrmaschine zum Einsatz. Da werden jetzt verschiedene Löcher gebohrt. Da braucht man jetzt schon einen Plan, weil es immer schlecht ist, wenn man ohne Plan bohrt, weil das Loch kann man nicht mehr zumachen oder versetzen. Aber das ist noch ein kurzer Moment, wo man mal den Plan hat und dann geht es in dem Sinne wieder agil weiter. Hier das Holzgehäuse, das war schon ziemlich ramponiert. Ich versuche natürlich schon, möglichst diesen Originalzustand auch zu erhalten. Das gehört auch dazu. Ich möchte nicht auf Hochglanz haben, diese Geräte, sondern die sollen das Alter und die Historie auch widerspiegeln. Einschusslöcher hatte ich noch keine, aber so ein paar Brandstellen machen natürlich auch den Charakter von so einem alten Gerät dann auch aus. In dem Fall habe ich es neu abgeschliffen und neu lackiert. Gut, in einer Mietswohnung möchte ich das jetzt auch nicht machen, den Schleifstaub dann sozusagen in der ganzen Wohnung dann auch zu haben. Dann fange ich an zu improvisieren, weil dann habe ich mir gedacht, es wäre ja schön, wenn in der Mitte diese alte Elektronenröhre wäre und rechts und links sowas wie Spulen. Ja, und da hatte ich in meiner Sammlung, weil wenn man viele alte Geräte hat und viele zerlegt, hat man auch viele Kleinteile. Habe ich zwei aus so einer alten Telefonklingel, habe ich zwei Spulen gefunden, die schön aussahen. Die Kugeln, die sind von einer Gardinenstange aus dem Baumarkt und jetzt schaut das richtig cool aus, so wie so Hochspannungsspulen, so Tesla-Spulen mit so einer Kugel obendran. Den Dimmer, meine Lampen sollen ja auch immer gedimmt werden, damit diese Glühwendel den schönen Effekt hat. Da nutze ich Standard-Dimmer, den man so im Baumarkt auch kaufen kann oder bestellen kann. Muss ich natürlich das Poti ausbauen, Kabel verlängern, anlöten. Versuche das alles auch möglichst sicher zu machen. Muss ja zum Glück nicht verkaufen und ein VDE-Prüfzeichen bekommen. Aber zumindest zu Hause möchte ich auch keinen Stromschlag bekommen, wenn ich die Geräte bediene. So, jetzt nähert es sich dann schon dem Ende. Also ungefähr 10 bis 12 Stunden ist so dieser Prozess. Wie gesagt, ich habe einen verantwortungsvollen Job, da habe ich nicht so viel Freizeit. Da muss das dann auch ganz effizient und fix dann auch gehen. Ich will schnell einen Erfolg haben bei meinem Werk. Wenn ich im Flow bin, dann flutscht das auch wie von selbst. Dann muss ich eben montieren, verkabeln. Bevor man dann auch das Finish macht, sollte man den Funktionstest machen und schauen, ob alles auch elektrisch zusammen funktioniert. Und ich versuche dann auch Wert auf die Details zu legen. Und wer vielleicht nachher nochmal am Stand vorbeikommt, wird auch sehen, dass auch die Position der Schraubschlitze, früher war das sozusagen ganz selbstverständlich, dass wenn ich acht Schrauben vorne habe, dass die Schraubschlitze gleich ausgerichtet waren oder in einer gewissen Position waren und nicht irgendwie zufällig enden. Und das sind so kleine Details, auf die ich dann achte, damit das sozusagen auch perfekt wird am Ende. Ja, Perfektion strebe ich dann auch bei der Fotografie an. Da habe ich zum Glück einen schönen Balkon Richtung Süden. Ich wohne in Puchheim, habe so ein bisschen Blick auf die Alpen, wenn Föhn ist und habe dann so eine schwarze Aluminiumplatte, die lege ich dann auf die Balkonbrüstung und da fotografiere ich, wenn dann schöne Wolken oder Abendstimmung ist, fotografiere ich dann meine Objekte. Und wenn nicht genügend Wolken oder der Wolkenkontrast nicht gut genug ist, dafür gibt es ja dann Photoshop, um nochmal ein bisschen Kontrast oder HDR dann reinzubekommen in die Bilder. Ja, dann ergänze ich meine Homepage. Da beschreibe ich auch Hintergründe, wo kommt das Objekt her, wie habe ich das umgebaut. Homepage ist in Englisch gehalten, dann kann ich auch meine Englischfähigkeiten damit verbessern. Und ich stehe im Kontakt mit vielen, vielen anderen Künstlern auf der ganzen Welt, die ähnliche Upcycling-Projekte auch haben und tausche mich da aus mit vielen Menschen auf der ganzen Welt. Ich poste das bei Instagram, habe da meine Fans und Follower, die wollen dann auch versorgt werden, die stellen Fragen oder setzen ihre Likes und dann bin ich da auch immer in Kommunikation mit vielen, vielen Makern sozusagen auf der ganzen Welt. Ja, jetzt kann man immer fragen, komme ich aus dem Business, was ist der Return on Invest der ganzen Geschichte? Jetzt kann man sagen, der Invest, 89 Euro Material, 12 Stunden Zeitaufwand. Was ist der Return? 8 Stunden purer Spaß. Also 4 Stunden sind auch manchmal mühsam, wenn man irgendwas auslöten muss oder abschleifen muss. Das ist jetzt nicht unbedingt purer Spaß, aber von den 12 Stunden würde ich sagen, 8 Stunden Spaß am Machen, Spaß am Maken hier. Ja, viele Herausforderungen auch gemeistert, wo man sich am Anfang denkt, oh, wie kriege ich das denn hin? Wenn man es geschafft hat, ist es natürlich super, super toll. Ich lerne immer wieder was Neues, ich beschäftige mich damit, versuche zu verstehen, wie funktioniert diese Elektronenröhre, was hat das Gerät für einen Zweck gehabt? Ich habe meine Ziele erreicht, ich bin zufrieden. Ja, und wenn ich es dann fertig habe und zeige und jemand kommt und sagt, oh, das schaut ja super aus, diese Anerkennung ist für mich dann auch Stolz und Glück und am Ende muss ich sagen, ein voller Erfolg für mich. Ich habe es nicht verkauft, ich habe es sozusagen allein aus dem Entstehungsprozess ziehe ich meine Befriedigung an der Stelle. Also für mich ein voller Erfolg an der Stelle. Aber es hat noch einen anderen Aspekt und das ist einfach auch ein Respekt für das schöne Design und für die viele Arbeit, die die ursprünglichen Handwerker in so ein Objekt auch reingesteckt haben. Also bei so einem Messgerät, ich meine heute würde man sagen, Plastikgehäuse im Tiefziehverfahren wird schnell seriell hier hergestellt. Damals, da hat ein Schreiner das Holzgehäuse aus Eiche oder Nussbaum hergestellt, schön hergestellt, verzinkt, auf Millimeter gearbeitet. Jetzt hat sich jemand über die Zeiger von Hand gefeilt, die Messgeräte von Hand hergestellt und kalibriert. Da sind viele, viele Stunden reingeflossen und ich finde es schade, wenn solche schönen Geräte dann im Sperrmüll landen, in der Müllverbrennung oder in irgendwelchen Kellern und Speichern vergammeln. Und deswegen respektiere ich damit auch die ursprüngliche Arbeit der damaligen Maker. Es war nämlich auch keine industrielle Produktion, sondern Menschen, die viele, viele ihrer Fertigkeiten eingesetzt haben, um etwas Neues zu erschaffen, um kleine Stückzahlen herzustellen. Und es ist natürlich auf der anderen Seite auch ein schonender Umgang mit Ressourcen, weil ich habe in meinem Leben noch keine fertige Lampe gekauft und meine Familie, meine Geschwister, meine Eltern auch nicht, weil da war ich immer der Lieferant für Upcycling-Lampen. Und ich habe das sozusagen hier an vielen Stellen eingesetzt. Und ich schenke diesen alten Geräten ein neues Leben, weil als Lampe, als Uhr, als Lichtobjekt, stellt man sich die gern auch ins Büro, ins Wohnzimmer. Ein Messgerät, ein altes Ampermeter, wer würde sich denn, außer er ist vielleicht hier wirklich Sammler, wer würde sich sowas denn ins Wohnzimmer stellen? Als Lichtobjekt, als Lampe erfüllt es hier wirklich auch einen schönen Zweck. Und somit schenke ich wirklich diesen alten Geräten auch nochmal ein neues und aktives Leben. Wenn ich hier nochmal so zusammenfasse, also mein Sujet, mein Thema ist wirklich das kreative Upcycling von solchen historischen Geräten, elektrische Geräte. Also ich nehme mir jetzt keinen Pflug und keine Axt vor. Gibt es auch Kollegen, die sowas upcyclen und umbauen. Nein, es müssen elektrische Geräte sein, da habe ich einen besonderen Bezug dafür. Die wurden vor den 60er Jahren hergestellt, sind also zwischen 50 und 100 Jahre alt und macht daraus Lampen und Lichtobjekte. Jedes Objekt soll immer ein Unikat werden. Also ich möchte nicht zweimal das Gleiche machen, sondern ich will immer was Neues. Eine neue Herausforderung, die mir hier gefällt und ich will hier Vielfalt und keine Serie, keine Effizienz hier bringen. Effizient bin ich den ganzen Tag von früh bis spät und abends mache ich dann, was ich will. Ja, geht nicht, gibt es selten. Mit der Brechstange kann man hier auch bei solchen Geräten nicht immer arbeiten. Man muss da schon auch kreative Lösungen finden. Und es ist immer eine Mischung zwischen dem Perfektionismus. Also erinnert euch an die Stellung der Schraubschlitze bei den Schrauben, aber auch aus Pragmatismus. Manchmal muss es dann auch für mich schnell gehen. Und da warte ich vielleicht auch nicht immer ab, bis der Lack trocken ist, sondern will gleich weitermachen. Aber das macht dann vielleicht auch den Charme am Ende wieder aus. Ich habe halt keine kommerziellen Interessen. Ich mache das wirklich für mich. Da steckt viel Liebe, viel Leidenschaft, viel Begeisterung drin. Ich denke, das sieht man dann auch an den Objekten, dass ich die eben nicht für andere mache, sondern für mich. Oder eben auch für Familie und für Freunde. Und ich genieße wirklich diese Freiheit, hier machen zu können, was ich will. Und wenn ich sage, ich kaufe mir hier eine alte Bienenkorblampe für 50 Euro, dann kaufe ich mir die halt. Ich kann es mir leisten und ich muss nicht jedes Mal überlegen, für wie viel Euro kann ich jetzt die Lampe verkaufen und darf ich jetzt hier 10 Stunden, 5 Stunden oder noch eine Stunde reinstecken. Das ist für mich die Freiheit, hier kreativ zu sein, ohne Druck und ohne Begrenzungen zu arbeiten. Und es redet mir auch keiner drein. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und meine Erfüllung kommt wirklich aus diesem kreativen Erschaffungsprozess, aus der vollen Freiheit, auch immer wieder so Herausforderungen zu meistern, so ein altes Gerät zu bearbeiten und natürlich dann die Freude am Ergebnis. Ich freue mich dreimal, sage ich immer. Das erste Mal, wenn ich dann wirklich diese Stunden am Gerät arbeite. Das zweite Mal, wenn es fertig ist, dann habe ich es geschafft. Und das dritte Mal, wenn jemand kommt und sagt, super, das schaut toll aus, dann freue ich mich das dritte Mal. Also, das ist wirklich hier mein Summary. Und hier sehen wir einfach nochmal ein paar Werke. Das ist eine alte Mercedes-Schreibmaschine, auch von 1934. Die habe ich meinem Bruder geschenkt, der Gedichte schreibt, schon früher auf einer Schreibmaschine. Und da habe ich für ihn das ideale Geschenk auch gefunden. Und die funktioniert auch noch. Und man kann im Dunkeln schreiben, weil man hat ja die Beleuchtung gleich mit dabei. Das ist eine alte Höhensonne von 1958. 1958, eine Alpinette, Alpensonne sozusagen, von Hanau, die ich ja auch umgebaut habe. Die Räder sind von einem Märklin-Baukasten. Genau, das ist ein, das habe ich heute nicht mit dabei, ein altes Isolationsmessgerät. Auch schon 90 Jahre alt. Da habe ich die Innereien nach außen gestülpt sozusagen, weil dieses große Zahnrad, das ist Teil eines elektrischen Generators, wo man mit einer Handkurbel elektrische Spannung erzeugen konnte, um damit dann unterwegs, wo ich eben keinen Stromanschluss habe und keine Batterien, eine Isolationsprüfung dann auch durchzuführen. Diese Innereien habe ich nach außen gegeben, nach oben. Und dann noch zwei schöne Edison-Glühbirnen angeschlossen. Unten, der Fuß, das ist übrigens der Deckel eigentlich vom Gerät. Also das war abgedeckt mit diesem Holzdeckel und der wurde jetzt sozusagen zum Sockel umfunktioniert. Ja, das ist meine Mischung aus Haartrockner und Hochvolt-Isolator. Also auch eine sehr spannende, im wahrsten Sinne des Wortes, spannende Mischung. Und diese alten Haartrockner in Chrom, die schauen natürlich super aus. Und die jetzt zu kombinieren mit einem Hochspannungsisolator, mit einem Sockel aus einem Chemielabor und oben noch einer alten Elektronenröhre, ist natürlich eine tolle Kombination. Das auch, die habe ich auch nicht mit dabei. Die wirkt eigentlich nur im ganz Dunklen. Das ist also auch wieder ein Haartrockner von 1950 von AEG. Den habe ich von innen heraus blau beleuchtet. Und oben ist eine ganz spezielle, ganz seltene Ionisierungsröhre, die selbst kein Licht macht, aber dann von unten mit einer LED und einem violetten Filter dann auch in Szene gesetzt wird und beleuchtet wird. Schaut ziemlich spacig aus. Manche haben mich dann auch schon gefragt, wie groß das Teil denn sei, ob das denn so zwei, drei Meter groß ist. Dann habe ich gesagt, nein, das ist ein Haartrockner. Aber das war wahrscheinlich auch jemand, der noch nie so einen Haartrockner in Händen hielt. Ja, das ist ein altes Röhrenvoltmeter von 1950. Wurde so im Niederbayerischen gebaut. Ich versuche ja auch immer so die Hintergründe zu ermitteln und kombiniert hier mit einem alten Heizstrahler, der früher so in der Werkstatt eingesetzt wird, um es warm zu bekommen. Hinter dem Heizstrahler ist noch eine alte Senderöhre platziert, die ich mit einer LED beleuchte. Und das Objekt haben wir oft bei uns im Wohnzimmer dann auch an. Ich kann ja durchwechseln. Ich habe den Luxus zu sagen, welches Licht machen wir heute an? Oder was ist das Licht der Woche? Da tauschen wir immer wieder mal aus, die Beleuchtungen in unseren Räumen. Und das wirft nach hinten ein schönes rotes Licht und nach vorne dann eben unser dimmbares Edison-Licht. Das ist ein altes Telefon, so schwarze Telefone. Haben ja noch viele so in ihrem Bestand. Das Besondere an dem ist, da stand innen drin, Chef-Telefon, habe ich gedacht. Ist ja genau das Richtige für mich. Chef-Telefon von Siemens und Heilske, 1957. Und da habe ich auch, das sieht man jetzt leider auf dem Bild nicht, die roten und grünen Leuchten sozusagen. Die habe ich auch von unten beleuchtet und oben eine Glühbirne und eine Glimmlampe dann auch mit eingebaut. Und zufällig hat dann auch noch der passende Sonnenuntergang, der hat sozusagen auch noch sein Extra dazugegeben. Das ist jetzt ein bisschen bunt hier, diese Bienenkorblampe. Da habe ich zwei davon hier auch am Stand. Die sind in der Tat jetzt schon 80, 90 Jahre alt. Diese Bienenkorblampen sehr, sehr selten, aber machen einen fantastischen Lichteffekt. Und allein schon deswegen lohnt es sich da, nochmal bei mir an den Stand zu schauen. Rechts und links sind hier alte Glasisolatoren, die ich von innen heraus mit LEDs beleuchte. Immer dann, wenn ich eine Beleuchtung von innen habe, nutze ich LEDs, weil die kalt bleiben, nicht so viel Wärme erzeugen. Aber für den äußeren Effekt nutze ich am liebsten sozusagen entweder Glimmlampen oder echte Glühlampen. Genau, und noch ein altes Mikroskop. Das ist auch schon 100 Jahre alt. Da ist einmal wichtig zu erkennen, was ist eine ästhetische Form? Was passt da zusammen? Welche Glühbirnenform passt zu dem Objekt? Man darf auch nicht zu viel machen. Also ich möchte jetzt nicht wie ein Steampunker oder noch überall Zahnrädchen hinkleben. Das wäre dann irgendwie Show. Sondern vielleicht jemand, der solche Geräte nicht kennt, der sagt, naja, was ist denn das? Das sah doch sicher schon immer so aus. Das war doch früher schon eine Lampe. Wenn ich das erreiche, dann ist auch schon ein Ziel erreicht. Es soll harmonisch zusammenpassen, als wäre das eigentlich schon immer so gewesen. Und eine alte Balgenkamera aus den 1920ern. Schaut fast aus wie so ein außerirdisches Raumschiff, das hier gelandet ist in Buchheim und uns noch ein bisschen verstrahlt. Also auch hier immer der Versuch, wie kann ich etwas Neues erschaffen, was schlüssig ist und was zusammenpasst. Ja, vielen Dank. Das war so ein kurzer Einblick in mein Leben, meine Historie und in meine Werke. Wenn es Fragen gibt, gerne jetzt im Nachgang oder dann auch noch bei mir am Stand bis 18 Uhr sind wir ja auch noch da. Vielen, vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.